Ja, ich muss hier kurz zwei Leute töten. Ich nehme beide, ja? Ey, der hat die wirklich weggeklaut. Und ist da mein Apfel. Das ist unfassbar. Hallo, hallo. Boah, alter, cool, sieht so cool aus. Ist doch ein größeres Update, ne? Geht eigentlich nur eine neue Waffe. Kein Charakter. 10 GB musst du haben. Oha. Ja, wer ist denn nicht cool? Baby lädt das Spiel nochmal neu runter. Was kann da drinnen sein? Ach, das Outfit, okay. Also auch das drinnen. Das ist auch sehr, sehr cool. Das Spiel ist gerade im Sale, ja. Also jetzt gerade läuft wieder ein Sale. Es ist jetzt auch für Xbox verfügbar. Also Xbox-Gamer kommen jetzt noch mit dazu. Und, ähm, 30% müsste jetzt noch eine Woche laufen wieder. Am Platz 1 sogar nur mit dem Charme. Oh, Mann. Ist das wirklich Platz 1? Ja, ja. Aber ich finde das so was cool zu wissen. Aber jetzt wissen alle, die in der Lobby waren, dass wir hier auch spielen. Schade. Ja, ich habe gerade schon gefragt, ob ich so was ausmachen kann. Die sind Gegner? Ja, ganz viele. Also neun Stück oder so. Oh, das wusste ich nicht. Weil die rennen die Welt bei dir und keine Waffen. Bei mir ist schon einer direkt. Keine guten Waffen. Kommen du aus der Ecke raus? Ja. Ich belege mich auch wieder. sollen wir da wieder hin oder ersten aufrüsten ich hab ein paar gekillt ich hab noch einen ich hab drei oder so wenn ich frei ein rückstand einholen gönn dir das katana legendäres katana aber apfel ist schon top hier muss man hallo hast du die alle umgemäht gegner bei mir auf einmal ach man der zweite bist du ich habe ihn das meinte nehmen den mit da kommt sicher noch was mehr lassen gegner links noch warum wegen was habt ihr gemacht naja wir haben mit beiden unsere aufgeladenen fähigkeiten aufgerüstung ist was für eine rüstung hast du julie haben eine blaue dann ziehst du die an jetzt da doch ein paar sekunden Kugel da auf. Es sind zwei. Es sind drei, glaube ich. Ich glaube, die erste gehört nicht. Oh. Ich bin tot, leider. Kann ich das kontern? Nee. Ich habe gleich dieselbe. Ist das die Ult von ihm hier? Das ist jetzt meine. Aber ist das hier seine? Ja, ja, ja. Die hat gestunnt. Komm, den machst du. Das ist sein Ult, ja. Weil der so groß war, aber auch irgendwie nicht. Echt? Er hat einen Apfel. Ist noch mehr. Ach so, hier sind zwei Gegner. Jimmy, hier ist noch ein lilas Schild. Ja, ich muss hier kurz zwei Leute töten. Ich nehme beide, ja? Ey, der hat die wirklich weggeklaut. Und ist da mein Apfel. Das ist unfassbar. Das ist schweinerseits. Da sind noch ganze lila Rüstungen drin, ne? Okay, hole ich mir. In dem, wo du gerade warst, auch. Aber hier in dem hier. Einen von denen auch. Hier. Oh, gut. Das ist gut. Oh, gut. Das ist langes Schild war dann noch drinne. Bild jetzt nur so ein bisschen blaues Rüstungsprüfer habe ich gar nicht. Ja, same. Vielleicht gibt's hier einen Shop irgendwo. Ja, lassen wir nach dem Shop gehen. Da ist auch näher, die da drin ist. Nur Geld haben wir, ja. Äh, ich hab ne Großschwertdrohne, die hast du nicht da, oder? Nö. Äh. Bei mir. Da schein' ich noch Hilfe. Ich bin auf dem Weg, ja. Wenn du mir ein bisschen entgegenkommst. Auch auf dem Weg. Ich kann nichts machen, Alter. Ich kann nichts machen, Alter. Die anderen kommen. Ich versuche den hinter dir abzut. Oh nein. Ah, ich bin betäubt und tot. Ach, Mann, ich bin in das ganze Großschwert rein. Scheiße, ich bin jetzt hier. Da ist noch einer, Juli. Ich hab zwei, hab ich dir weggenommen. Ja, sehr gut, danke. Da ist noch einer. Das ist mein Ebenbild, aber die haut ab. Komm mich mal wieder, Juli. Ja, geh mal zu Gippi, schnell. Priorities? Ich hab zwei gekillt von denen. Wer ist da oben? Ich beschütze. Danke. Also zwei von denen sind geplatzt. Nice and sturdy now. Das ist nicht schlecht. Cool runter. Nein, das alles nur dank der Kraft des Apfels. Können vielleicht kurz warten, oder? So. Ja. Deierteam, Deierteam. Wollen wir dodgen wegen der Ult? Ja. Das abhauen. Gippi, schaffst du's raus? Na ja. Nein, die eine ist low. Dann pass auf, der greift sich fast. Die eine hat sich instant gehealt. Bei rollen vielleicht. Der schießt doch auf die Gippi. Pass auf. Wenn die so wollen. Aber jetzt hab ich noch gesehen. Ja, das ist die Ruhl. Aber wo ist der zweite? Hier. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer reingekommen. Der belebt wieder gerade. Das ist nicht akzeptabel. Oh, Team. Da fehlt aber noch der große, oder? Nee, der war nicht. Es war kein ganz großer. Es war nur dieser, der Schnelle. Dieser halbe Ritter. Das war nicht der, das war nicht mein Schar. Okay, weil der müsste noch leben. Wer? Oh, das nehme ich. Ich glaube eigentlich, dass er mir hinterhergerannt ist. Das war. Der war aber noch relativ lange als Mob unterwegs da. Als Boss. Okay, dann vielleicht lebt er noch. Also als du geschämt hast, hat der auf mich noch geschossen. Ja, ich dachte, mir sind zwei hinterhergelaufen. Ich dachte, der eine war das und der hat seine Ulti gecancelt. Nee, 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 die Ulti war bis zum Ende. Aber kann sein, dass wir dann am Ende jetzt gemacht haben. Wie, jetzt waren die Minions zu sehen? Da durst du die Glocken, oder? Ja, genau. Das war doch hier der letzte hier. Ja, der war da. Der Glock, Heini hat uns ja geblockt. Ja, ja, das war der letzte. Und jetzt kamen die Minions, hab's auch, ist mal zu sehen? Ich hab's nicht, hat einer einen Screenshot gemacht, kann mir sagen, wie groß das war? Oh, wieder ein wilder Ritt. Oh, Mann. Oh, neue Humphrey. Da haben wir das noch eine neue lila Rüstung. Oh, Mann. Hatte ich nicht eine legendäre? Nee, letzte Woche hat es eine legendäre. Wir kamen, wurde ich bemobst hier? Ja, aber letzte Woche hast du eine legendäre. Letzte Woche auch, ja, bestimmt. Nee, da hatte ich keine. Hier ist eine goldene Kiste. Kannst du dir eine legendäre rausholen? Nee, gar nicht. Ihr wurd schon gelootet. Ist auch noch eine Epic-Kiste bis dato. Flammenbringer war drin. Dankeschön. Wenn irgendeiner der Mods das Screenshot hat und mir das im Discord-Pause hat, kann ich. Aber das kann ich mir gleich angucken. Lass uns erstmal die schöne Runde hier beenden. Ja, nicht so weit vorgehen, Gipi. Also wir sind auf dem Weg, aber... Leben noch 21 Leute, das ist echt viel. Nein, weg da. Nee, 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 hau die um. Die hätten wir fast töten können. Und jetzt bin ich auf jeden Fall tot. Ah, ich bin auch tot. Ich hab einen. Ich hab zwei, lol. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Oh nein, das ist nicht meine. Das ist nicht meine. Ich bin gestunt. Und ich kassier von irgendwo Schüsse. Ich von hinten, Gipi. Oder hilf da. Einen hab ich von denen. Hier. Hab ich noch mal. Was? Was ist das für ein Move? Jawohl, die haben wir noch gesehen. Ich brauch Hilfe noch. Ja, ja, ja. Kannst du hierher kommen in die Richtung? Nee, oh mein Gott. Ich bin einfach besser. Hier, bitte mal wiederbelebt, Juli. Hallo. Ja, was war das für ein Wrestling-Move? Ja. Bin auf dem Weg. Oh, das passt, das passt. Haben wir. Was heißt? Noch einer, noch einer. Nee, der lebt noch. Das war er. Ja, den kriegt ihr. Ich hab noch zwei. Ich hab noch zwei. Bei mir noch einer. Bei mir noch einer. Hab ich. Ich hab noch jemanden. Boah, will noch jemanden. Was denn? Schön konzentriert zu Ende spielen. Ja. 15 Leute leben noch. Da sind noch sehr, sehr viele. Cool Blades gehen ab, hey. Ja, ich mach die auch. Da ist ein Gegner. Wo? Zwei Gegner. Zwei, zwei. Hinter seinen auch. Wir sind jetzt im Single. Drei bei Gipi. Wir sind viele bei mir. Also zwei, drei in vier. Einen hab ich. Ich mach es ulti, ich mach ulti. Ich hab auch ulti. Hallo. Brandi, stand hier, Leute. Hallo, kriegt eine von mir mit, hier. Einer da unten. Noch einer. Hier, der noch. Walder Kui. Hab ich. Was denn? Der da oben. Der ist da. Da fehlt noch was, oder? Oh, mein Gott. Wir müssen weiter, die Zone. Zone, ja. Ja. Walder Kui. Dieser Platz, ey. Vielleicht die Old schon wieder ready, das geht echt flott Ja Ja, wir müssen jetzt auch was, neun Gegner Zwei Dreier-Teams Ne, zwei, also Bitte uns drei Bei mir hat jemand, bei mir ist einer Du bist sehr weit hinter uns, Jolie Ja Kannst du laufen? Ja, ich versuch zu laufen Ich geh in die Zone Ich komm zu euch Aber hinter euch sind auch drei, hinter euch sind drei Ich bin nicht gesandwiched Einer ist, fast down Einer ist down Einer haben wir Einer von hinten Einer hab ich geparried Noch einer tot Geh hinter dir, kommt noch einer Hier sind viele Oh Gott, das schaffen wir nicht, ich hab keine Ulti Zwei gehen um, ich sterb Ich hab einen Hier ist noch einer, der macht Auer Er kann noch kämpfen Alle, alle drei hier Ich muss mich hier im Hallen Ich holte, ich holte, ich holte Ja, ja, wach Schön schaffen Hab einen Jawohl Ich hab auch einen Ein, hab ich gerade auf dem Boden Letzter sind wir Hab ich Hau drauf einmal Im Sprung oder so Ein Angriff Ich kann ihn nicht töten So Weil er überlebt noch Ihr habt ihn doch eben schon mal down Der hat die aufgehoben Das war's, oder? Ja, das war's Wir haben gewonnen Oh mein Gott War das ne Runde Ja Ich glaub das war die beste Runde, die ich hier hatte Also wir Oh nein 22 Ks Also das war die beste Runde, die ich hier gespielt hatte Was für ne Kombo hast du gespielt? Äh, Katana und Longsword Aber ich hatte so viel Camper gehabt Ich hatte die Dual Blades und Speer Aber hier auch Gipi 23er Damage Über die 12k Und 50.000 60 Dann Wir haben 70.000 Schaden gemacht Boah Mit 35 Kills Oh man kennt's Geil Ich glaube Wurde ein bisschen was abgestaucht Kann ich bei 23.000 Schaden 15 Assits hab ich Ja, okay Ich auch Weil du dir Ach Was? Juli, ich hab alle deine 6 Kills assistiert Da steht's Das ist ne Lüge Ich konnte ja gar nicht 15 Assits haben Weil ihr keine 15 Kills habt Steck the Stapes Oh mein Gott Was für ne Runde Das war die Apfelrunde, oder? Ja Wer hat da und da geschmaust hat Balz Kop . 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 Untertitelung des ZDF, 2020